Hier sind die Gleise von der S-Bahn, oder eine Trambahn ist das hier, und die hat verrostete Schrauben. Und die können wir alle mit diesem neuen Silber oder mit weiß oder schwarzer Rostschutzfarbe einstreichen. Ich habe das jetzt ausprobiert, die hält wirklich auf Rost und es ist kein Problem hier das zu machen. Profite Artikel.